We are way down. Halt, wir haben doch da... Feuer! Nein. Der ist immer noch da. Ist er jetzt endlich down? So. Au. So, der ist auch noch weg. Ich sollte vielleicht richtig treffen. So. Wo ist der Zinker abkauen? So, okay. 100 flogen. Okay, Gott, da komme ich nicht entlang. Ich muss da entlang. Okay. Was haben wir da noch? Aha. Ähm. Nein, lassen wir mal. Woher? Ne, nehmen wir doch die mit. So, wir bekommen noch Munition für die Waffe. Oh, ist das unser Fall? Wow. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Ich war da lange wieder leise. Ich schone meine Stimme, das alles. Seltsam, wenn ich in der Aufnahme so laut schlucke. Das ist echt seltsam. Und ich muss viel mehr reden. Aber das ist halt, weil wir jetzt 2 Uhr in der Nacht haben. Ich eh schon nicht so fit bin. Und jetzt noch viel dazu reden will. Reden will, reden muss. Die mir das bezeichnen will. Aber. Den wir haben wir noch mit. So. Ich gehe jetzt gleich mal da außen. Einer. Zwei. Wow. Nein, das war nichts. Okay, gut. Wir sind noch zu weit weg. Was haben wir da für Waffen? Aha. Noch mal dieselbe. Da. Wir können das nicht. Das kann ich geben. Aua. Von wo? Wow, 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 wow. Slalom, Baby. Slalom. Aua. 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 Das gibt's auch nicht da. Das ist gar nicht die falsche Tasche. Wir müssen unbedingt den Typen da vorne an dem MG ausschalten. Den Typen da. Okay, gut, er hat sie zwar allein ausgeschalten. Aua. Aua. Au. So. Nein, 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 nein. Granate. Au, hinten Feuer, vorne Granate. Super Kombi. So, jetzt haben wir beide dann keine Munition mehr. Ne, ne, neben. Und lauf. So, und. Marken Gegenteil. Noch zwei Schuss, dann sind wir out of money. Äh, Muni. War hier nicht auch nur irgendwo einer? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und wir ist auf jeden Fall einer. Da hätten sie mich in. So. Out of money. Out of money. Out of money. Da vorne. Aua. Kommt her. Kommt her. Und. Bäm. So, jetzt haben wir keine Munition mehr. Super. Was hab ich jetzt nur noch für einen Nachkampf? Puh, zuge, muss ich das nicht mehr schießen. Puh. Scheiße, willst du mich verarschen? Komm, hier. Da. Sieh dir das ab. Junge, du hast dich in die Hölle gelogen. Aber ich. Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz. Komm schon, Junge, steh auf. Komm schon. Ich werde sterben. Wirst du nicht. Ist Australier. Uns bringt nix um. Hä? Ja, vermutlich. Außer. Du bist ein Kiwi. Was? Nun. Eins nach dem anderen. Hier. Komm schon. Steh auf. Schau mal, den Arm hierher. Den rechten raus. Schaft gegen die Schulter so. Wange an den Schaft. Nein, ja so. Du musst schon richtig zielen. Gut. Ja, fühlst du ein bisschen auseinander? Zwei Australier unter sich. Ich hab mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren hab. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja? Nein. Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er wollte keine fünf Minuten überleben. Nein, nein. Ich krieg das hin. Nein. Ich mach's. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie. Sie werden laufen. Okay. Ich muss irgendwie an diesen Osmanen vorbei. Gibt's hier drin Waffen? Erste Frage. Bevor ich mich in die Hölle begebe, brauche ich erst mal Munition. Und davon nicht zu knapp. Wie gesagt, ich sehe da hinten, wie der Ende ist. Weil da hinten hatte ich vorhin mal Munition gefunden. Und ich hoffe, die gibt es da immer noch irgendwo. Oder auch nicht. Schade. Okay. Mit nur sechs Schuss in der Waffe lässt es sich schwer kämpfen. Ach, der hat mir mal zum Füllen. So. Ich rufe die wieder. Ich behalte. Ich rufe die wieder. Wo ist denn? Ich rufe die wieder. Ich rufe die hin.